Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Sports Idols. Wie schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Felicia und ich bin gerade total beglückt. Also zum einen, weil, und das werde ich euch in der nächsten Folge noch ein bisschen ausführlicher erklären, habe ich gemeinsam mit fünf ganz wunderbaren Frauen ein Fußballteam übernommen. Das von Viktoria Berlin. Und das ist ein Frauenteam. Wir spielen in der Regionalliga Nordost und wir haben uns jetzt als Betreiberin überlegt, wir würden gerne bis 2027 in der Frauenbundesliga spielen. Und dafür arbeiten wir jetzt alle mit Hochdruck an diesem Aufstieg. Und es macht riesig viel Spaß, mit diesen Frauen und mit diesen Fußballerinnen auch zu arbeiten. Und zum anderen freue ich mich natürlich auch, weil wir hatten eine ganz fantastische Europameisterschaft. Also was haben da gerade unsere DFB-Frauen gespielt? Unglaublich, Platz zwei und einfach so einen tollen, mitreißenden Fußball. Und was mich auch besonders freut, dieses Turnier in England hat Rekorde gebrochen. Also so viele Zuschauerinnen, wie noch nie waren in den Stadien. Das waren, glaube ich, an die 600.000 Menschen, die immer vor live in den Stadien mit dabei waren. Und dann gab es ja auch Rekordzahlen an den deutschen Bildschirmen. Allein das Finale der Deutschen gegen England haben knapp 18 Millionen Menschen im Schnitt gesehen. Das ist unglaublich. So viele waren es noch nie zuvor. Und auch das freut sicherlich die Sponsoren, die ja auch sehr wichtig sind für die Geldströme, die bei dieser EM dabei waren. Und genau darüber, über Sponsoring und Vermarktung, möchte ich in dieser Folge gerne mehr erfahren. Denn was heißt es eigentlich? Wie begehrt war dieses Turnier, diese Europameisterschaft? Und wie begehrt ist insgesamt der Fußball mit den Frauen? Philipp Hasenbein ist zu Gast. Philipp ist Chief Operating Officer von Sport5, einem internationalen Sportrechtevermarkter aus Hamburg. Er kennt sich natürlich sehr, sehr gut aus. Und deswegen freue ich mich. Jemand, der sich gut auskennt mit Dingen, hat halt oft auch wenig Zeit, aber er nimmt sie sich jetzt. Und deswegen ganz wunderbar, dass du da bist. Hallo Philipp. Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich kann mir vorstellen, dein Terminkalender ist super voll. In der Regel schon, aber heute habe ich mir keine Zeit genommen für das Gespräch. Philipp, ich habe gerade ein bisschen über die EM gesprochen und in England, dass ich total beglückt bin. Wie hast du das Turnier verfolgt? Ja, zum Teil vorm Fernsehen, zum Teil auch live. Beim Finale war ich dann auch im Stadion und muss sagen, war natürlich ein wunderbar großartiger Nachmittag bei bestem Wetter in London. Und ich bin auf das Stadion zugelaufen und habe auch sehr viele Familien und Kinder und Mädchen gesehen, die sich natürlich auf einen tollen Nachmittag gefreut haben. Natürlich die großteilbaren Engländerinnen. Und für die war ich ganz froh, dass die vielleicht auch nicht mit einem Tränen in den Augen, sondern mit viel Freude nach Hause gegangen sind. Für unsere Mädels hätte ich mir natürlich ein anderes Ergebnis erhofft. Ja, war ja sehr knapp. Und wie hast du jetzt so mit professionellem Auge drauf geschaut? Mit großem Interesse und auch Leidenschaft und Neugier, um zu verstehen, was passiert da gerade. Und ich glaube, das muss man da auch ein bisschen auseinanderklamüsern, was passiert in England, was passiert in Frankreich, was passiert in Deutschland gerade mit dem Thema Frauenfußball. Und ich habe die große Hoffnung, dass vielleicht anders als 2011, als wir die Fußball-WM im eigenen Land haben, dass jetzt etwas Begeisterung entstanden ist, die auch länger anhält und nicht nur ein Sommerhighlight bedeutet. Ja, England hatte sich ja richtig viel vorgenommen für dieses Turnier und hat ja jetzt ja auch alle Rekorde gebrochen. Ich habe es gerade gesagt, knapp 600.000 Menschen, die live immer vor Ort waren. Einfach großartig. Was hat es denn auch für Auswirkungen, sage ich mal, so ein Turnier auch jetzt für Sponsoren? Ihr arbeitet ja auch viel mit Unternehmen zusammen, die eben sich im Bereich Sport engagieren wollen. Also ihr vermarktet eben. Wie hast du darauf geguckt? Wie war das dieses Mal bei dieser EM? Ich glaube, da ist erstmal zu sehen, dass England schon einen Schritt weiter ist als Deutschland, was die Akzeptanz und auch die Unterstützung von Frauenfußball angeht. Wir durften für die englische FA die nationalen Partnerschaften akquirieren. Da haben wir fünf tolle Partner gefunden, die vorher allesamt wenig oder noch nicht im Sport aktiv waren. Das ging von LinkedIn über Gillette, Pandora, Sterling Bank, Lego, die dann nicht nur Partner waren, sondern dann auch noch sehr aktiv kommuniziert und aktiviert haben. Da sieht man einfach, dass das dort als Thema angekommen ist und auch medial sehr genutzt wird. War das so leicht wie noch nie für euch, das zu vermarkten und die neu anzusprechen? Wir haben zum ersten Mal das Engagement übernommen und waren vorher ein Stück weit auch nervös, ob es uns gelingen wird, alle fünf Partnerschaften zu veräußern. Wir waren dann aber begeistert von der Resonanz. Ich würde jetzt sagen, verkaufen ist nie einfach, zumindest nicht die letzte Partnerschaft normalerweise. Aber es ist uns gelungen und die Partner sind auch sehr, sehr froh, dabei gewesen zu sein und hoffen, das jetzt auch in dem Verlauf der nächsten Jahre weiter zu aktivieren. Warum haben die denn Bock auf Frauen und Fußball? War ja nicht immer so, dass, also ich sage jetzt mal, diese Euphorie, die wir jetzt mitbekommen haben und eben das auch so große Partner, du sagst es ja auch gerade, Lego gibt es ja auch schon so ein bisschen länger. Hätte man ja auch schon mal früher irgendwie in den Fußball mit den Frauen einsteigen können. Warum gerade jetzt? Zwei Gründe. Ich glaube, zum einen ist es eine Zeitenwende in der Gesellschaft, die sagen, es geht jetzt nicht nur um höher, schneller, weiter. Und gerade nach Corona sehen auch viele Unternehmen, dass sie sich neu aufstellen wollen und müssen. Zum einen, weil sie sagen, wir wollen mehr nach innen arbeiten. Und gerade das Thema Employer Branding und Werte, die ich damit verbinde, ist das Thema Sport weiterhin eine große Möglichkeit und der Frauenfußball da eine ganz besondere. Das ist sicherlich die eine Sache. Und zum anderen ist es natürlich, alle haben diesem Event entgegengefiebert. Das war eins der ersten Groß-Events, die weltweit stattgefunden haben, wieder mit Publikum vor Ort. Und ich glaube, diese Begeisterung ist auch dann sehr schnell nicht nur aus dem Stadion ins TV, sondern in die gesamten Länder geschwappt und hat damit an Begeisterung gesorgt. Mit der war vielleicht vorher auch nicht so zu rechnen. Nee, war nicht damit zu rechnen. Das finde ich ganz spannend, weil ich ehrlich gesagt schon damit gerechnet habe, dass es ein großartiges Turnier wird. Eben weil es auch in England ausgetragen wird und die sich auch so viel vorgenommen haben. Nee, in England ist, erstmal einmal England vielleicht abzuarbeiten, was die in den letzten Jahren gemacht haben, ist natürlich wirklich großartig. Wenn ich da sehe, wie die FA, wie Frauenfußball sich dort weiterentwickelt hat, ist das sicherlich etwas, was Nachahmungspotenzial hat. Und deren Mantra ist so ganz einfach, so professionelles Umfeld bringt halt mehr Qualität und Spannung und mehr Spannung gleich mehr Publikum und damit auch mehr Geld, was dann wiederum in die Klubs investiert, in die Frauenfußballmannschaften investiert werden kann. Und man sieht dort, dass halt insgesamt fast jeder Premier League-Klub nun auch nicht nur eine Frauenmannschaft hat, sondern eine erfolgreich spielende. Und auch dort sieht man natürlich, dass diese Vereine andere Möglichkeiten haben, dort personelle Strukturen aufzusetzen. Und bei so einem Klassiker natürlich Manchester City gegen Manchester United im Frauenfußball kommen auch 25.000 Menschen ins Stadion. Und ich weiß es von meinen englischen Kollegen, dass es auch ganz, ganz viele sind Väter, die mit ihren Kindern und Töchtern dorthin gehen. Also wirklich das Familienerlebnis dort im Vordergrund steht. Und sie es geschafft haben, neben dem Premier League-Männerfußball ein Sport-Gemeinschaftserlebnis geschaffen zu haben, was es in Deutschland halt in der Form noch nicht gibt. Familienfreundlicher auch. Wir gehen gleich auch nochmal auf den Fußball ein. Danke auch für die Ausführungen jetzt nochmal zu England und deiner Einschätzung. Du hast gerade ein paar Dinge geliefert, an die ich jetzt direkt mal anknüpfen will. Du sagst, ja, jeder große Verein oder Club in England hat auch ein Frauenteam. Ihr vermarktet jetzt ja zum Beispiel auch ziemlich viele Bundesliga-Vereine, oder ziemlich viele. Es sind, glaube ich, im Moment aktuell sechs, wenn ich es jetzt richtig mitgezählt habe. Dortmund, Leverkusen, Augsburg, Nürnberg ist Quatsch. Nürnberg spielt auch nicht in der Bundesliga. Hertha habt ihr noch am Start. Und ansonsten habt ihr noch ein paar Zweitligisten. Bielefeld, Kaiserslautern, KSC, HSV muss man ja auch immer noch zur zweiten Liga zählen. Und Hannover. Welche Rolle spielen dort die Frauenteams? Ich glaube, dort hat die Bundesliga-Vereine es auch verstanden inzwischen. Hat etwas gedauert, dass Frauenfußball eine Chance für sie bedeutet, sich in der Stadt und in der Region halt zu positionieren und dort einfach das Potenzial zu sehen. Ich glaube, selten ist dort dann beim Bundesliga-Vereine nicht nur die altruistischen Gründe im Vordergrund, sondern natürlich auch, was kann ich für die Kinder tun, was kann ich für den Frauenfußball tun, für welche Werte stehe ich in der Stadt. Der Fußballverein, der Bundesliga ist immer der Leuchtturm in der Stadt. Und damit auch aus meiner Sicht immer eine große Bedeutung, gesellschaftliche Bedeutung, die sie jetzt wahrnehmen. Und deswegen sieht man, dass dort die Bundesligisten jetzt alle ihr Engagement und ihre Möglichkeiten sehen und dann auch sehr aktiv nutzen. Natürlich die Vorreiter sind dort Vereine, die das früher erkannt haben und auch sportlich sehr erfolgreich waren. Also VfL Wolfsburg in Deutschland ist der Verein, ziemlich mit dem größten europäischen Erfolg aus deutscher Sicht im Frauenfußball. Man sieht aber, dass jetzt die Bayern Münchens und Kölns und Leverkusens und Hoffenheims und Freiburgs sehr schnell sehen, dass sie dann eine Chance haben und mitspielen wollen und investieren in die Bereiche, sowohl was das Thema Ausbildung, Nachwuchs und natürlich auch dann an sportlichen Erfolg angeht. Ich sehe das aber nicht als wirklich als einzigen Gradmesser für Frauenfußball, weil das natürlich dann auch sehr schnell Vereine sind, die genauso wie Männerfußball dann den Leistungsgedanken ganz im Vordergrund haben, weil sie auch sportliche Erfolge erreichen wollen und dann eine sehr starke Leistungskultur in den Sport bringen, der ein Aspekt ist des Sports, aber nicht möglicherweise der einzige. Das stimmt, das ist nicht der einzige, aber ich würde trotzdem gerne bei dem Punkt kurz bleiben, weil ich finde es ja schon spannend, dass in England das einfach so übergreifend der Fall ist, aber in Deutschland jetzt erst Dortmund sein Frauenteam angemeldet hat, weil man es einfach vorher als nicht relevant erachtet hat oder Hertha BSC jetzt erst zur Anmeldung schreitet. Also das finde ich schon spannend. Was ist denn in England so anders, dass es dort irgendwie früher angekommen ist? Ich glaube, das ist, also ich möchte ein bisschen die Bundesliga-Vereine natürlich in Schutz nehmen, um zu sagen, natürlich Borussia Dortmund hat immer schon eine sehr erfolgreiche Handballmannschaft, auch Frauenmannschaft gehabt und auch im Tischtennis waren sie sehr erfolgreich, auch im Frauentischtennis. Ich möchte nur sagen, dass sie möglicherweise andere Sparten hatten, die sie dann halt unterstützt oder in der Region eine Bedeutung hatten, als nur sich auf Fußball zu konzentrieren. Warum war das in der Premier League, glaube ich, auch nicht viel früher da, aber dann vielleicht sehr professionell ist natürlich, weil die Gesellschaftsstruktur in England sehr professionell ist und die Chancen dort früher erkannt und dann auch mit den richtigen Investitionsmitteln auch unterstützt worden sind. Ja, weil spannend finde ich das schon, ist ja ein guter Verweis und auch ein guter Punkt, wie ich finde, den du gerade angeführt hast, dass ja auch andere Sportarten in dieser Welt existieren und nicht nur der Fußball so da ist. Nur interessant finde ich da den Punkt, dass es eben unser Volkssport ist und ja auch bei den Frauen und Mädchen insgesamt in Deutschland die Vereinssportart Nummer eins ist und ja einfach es bislang so viele beklagenswerte Wege und Strukturen gab, die es eben den Frauen auch so schwer gemacht haben, da auch in diesem Sport richtig Fuß zu fassen. Deswegen habe ich da auch so hartnäckig nachgefragt. Ja, aber machen wir mal weiter. Wir wollen auch gar nicht lange jetzt rumlamentieren über das, was irgendwie alles in der Vergangenheit nicht geschehen ist, sondern wir gucken ja eher, was geschieht jetzt und wie könnte jetzt auch so eine Neugestaltung aussehen. Du hast vorher davon gesprochen, dass jetzt auch so ein anderes Momentum da ist, dass die Gesellschaft anders tickt. Was meinst du damit und was ist da jetzt so die Herausforderung, auch seitens von Sponsoren da jetzt auch mitzugehen? Die Chance ist jetzt, und das müssen wir vielleicht einmal auch zweigeteilt sich anschauen, die Chance ist da, dass es einen Hype und Begeisterung in der Gesellschaft gibt und es ist natürlich richtig, dass wenn es diese Relevanz behält in der Gesellschaft, dann es eine große mediale Nachfrage gibt und diese mediale Nachfrage natürlich sorgt, dass auch Sponsoren sie attraktiv finden, dort in diesem Umfeld dann zu werben. Das ist nun mal ein normaler Dreiklang, der für alle Sportarten gilt. Hier ist jetzt die Besonderheit, dass natürlich Unternehmen bewusst geworden ist, dass sie mit der Unterstützung oder Sponsoring von Frau und Sport besondere Attribute darstellen können, die halt für sie als Marken wichtig sind. Die machen das auch nicht aus altruistischen Gründen, sondern weil sie der Meinung sind, dass sie damit ihre Marke besser positionieren und am Ende auch erfolgreich arbeiten können. Kannst du dafür Beispiele geben? Entschuldige, dass ich dir dazwischen gehe. Sehr gerne. Ja genau, also Frau und Sport ist aus unserer Sicht sehr authentisch und gerade für den Ölstrand ist ja da eine große Chance, weil der wird gesehen für, Frau und Sport steht für fortschrittlich, ehrlich, cleaner, familienfreundlicher als möglicher, also auch der Männersport, auch der Männerfußball. In der Markenwahrnehmung kann ich mich damit engagieren, als Unternehmen halt für Attribute wie Gender Equality, Womens Empowerment, Diversität, was halt einfach da zum Ausdruck kommt. Und ich kann natürlich auch neue Zielgruppen erschließen. Es ist natürlich so, dass in der Bundesliga sowohl den Stadionbesuch als auch vom Fernseher mehr Männer den Männerfußball verfolgen. Das ist möglicherweise in dem Frauensport anders, sodass Frauen Marken sympathischer finden, die sich im Frauensport engagieren und damit auch mit ihrer Kaufkraft und Kaufentscheidung halt dort positiven Einfluss empfinden. Was ich aber einen wichtigen Punkt noch finde, ist, und das gilt für Unternehmen generell, dass natürlich die Unternehmen, die sich engagiert haben, das war unsere, auch die Argumente und auch Begründung der englischen Unternehmen, die sich da engagiert haben, sagen, das machen wir auch nicht nur nach außen, sondern auch nach innen hin. Also das Thema Employer Branding, das Thema Recruitment auch nach innen als Marke wahrgenommen zu werden, als Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, der sympathisch ist und sich in der gesamten Gesellschaft engagiert, ist ein wichtiger Punkt für die Möglichkeiten oder die Gründe, warum sich Unternehmen jetzt dort engagieren werden. Und wie engagieren Sie sich denn im Moment? Wie ist so der Status Quo? Der Status Quo ist, also wenn wir jetzt auf die Vermarktung gehen, in der Bundesliga, dass es natürlich oft die gleichen Sponsoren sind, die sich auch im Männerbereich engagieren. Das hat aber Gründe, dass natürlich die Bundesligisten sagen, naja, wir möchten gewisse Partnerschaften für alle unsere Bereiche zu haben, inklusive den Frauen- und dem Jugendbereich. Wir möchten Branchenexperitäten, die wir für den Männerfußball gewähren, auch auf unsere Frauen übertragen und dass es noch keine eigenen Marken gibt. Es gibt Besonderes dann für die Bundesliga-Frauenmannschaften, die zu einem Bundesliga-Verein bei den Männern haben. Für die anderen sind es halt dann oft lokale, regionale Marken, die sich engagieren als Arbeitgeber in der Region oder der dort halt die Zielgruppe bedienen möchte, weil die mediale Reichweite bisher noch nicht so stark ist. Wir sprechen jetzt immer über die Frauen-Bundesliga, was natürlich noch schwieriger ist in der Regionalliga oder der zweiten Bundesliga. Das sind die Attribute, die dann für mich sprechen. Und das ist natürlich immer die Verankerung erstmal in meiner Region, bei meinen Fans, in meiner Stadt, dort, wo ich halt medial am meisten bisher stattfinde. Also du hast es gerade gesagt, die Reichweite im weitesten Sinne, wenn man bei einem Regionalligisten in Deutschland jetzt sich zum Beispiel engagiert, wie wir es ja tun mit Viktoria, das ist die dritte Liga für alle, die sich jetzt damit nicht so auskennen im Vergleich zu den Männern, weil es gibt keine dritte Liga zwischengestaltet zwischen Regionalliga und der zweiten Bundesliga. Ja, wenn man jetzt mal vergleicht, einen Regionalligisten Frauen mit dem Männerfußball. Ich finde zwar die Vergleiche immer blöd, aber wir es ein bisschen griffiger bekommen. Wo würdest du da die Frauen ansiedeln, wenn ich jetzt mal so eine Recherchefrage für uns, für Viktoria loswerden darf? Ja, genau, da muss ich vielleicht einmal dazu sagen, dass die erste und zweite Liga halt in der Bundesliga von der DFL vermarktet wird und sozusagen auf die Zweitliga im Gesamtpaket medial mitvermarktet wird und da aus unserer Sicht auch einen Vorteil hat, weil sie mitgenommen wird von dem Zugpferd der Bundesliga und in der Frauenbundesliga, die halt vom DFB vermarktet wird und da auch medial gerade die Rechte ausgeschrieben wird, fand ich ganz spannend, weil nämlich der Montag, nachdem einige Fans ja der Meinung waren, dass am Montag kein Fußball aus kommerziellen Gründen gespielt werden soll, weder in der ersten noch in der zweiten Liga, ist es eine interessante Möglichkeit, dort die Frauenbundesliga zu platzieren. Das finde ich toll. Also ich finde das auch gut gemacht von dem DFB ehrlicherweise, auf dieses Fenster zu gehen. Und leider dauert es noch zwei Jahre, glaube ich, bis das stattfindet. Das finde ich wirklich großartig. In der Regionalliga, also in der Bundesliga der Frauen, letztes Wochen, an einem Pokaltag der Frauen, kamen zwischen 95 und 1.100 Zuschauer rund um den Platz. Das ist wahrscheinlich das, was sozusagen gesagt wird, das ist Regionalliga und Bundesliga aufsteigend dargestellt. Das ist das, was im Moment sich um den Platz versammelt und das ist nicht so unterschiedlich wie in der Hockey-Bundesliga. Deswegen würde ich einfach nur sagen, das sind auch vergleichbare Sportarten, wenn ich das vergleiche, dass sie hohes Medieninteresse hat bei einem Highlight wie WM, EEM, Olympische Spiele und dann in dem Bundesliga-Alltag oder auch Regionalliga-Alltag dann wieder ein Stück weit in der Wertsenkung abrutscht. Und aus diesem Dilemma muss man halt jetzt rauskommen. Und da hat, glaube ich, der Frauenfußball eine große Chance. Aber ich würde das Regionalliga-Frauen dann vergleichen mit Sportarten wie Hockey, die in der Bundesliga und der 2. Bundesliga noch geringer medialer Interesse haben, aber natürlich eine sehr eingeschworene Fanschaft haben, weil halt Nationalspieler, Olympiasieger dort mitspielen und die ihre Zielgruppen über Social Media und andere Kanäle halt beglücken. Du sprichst gerade die Social Media Kanäle an. Eigentlich kann ja jeder mittlerweile zum eigenen Sender werden. Welche Rolle spielen aber dann große Medienhäuser und eben diese regelmäßige Sichtbarkeit von Sport in den Medien? Also jetzt der Frauenfußball hängt ja zum Beispiel im Moment noch bei Magenta fest, eben 23, 24, wenn die Rechte dann neu vergeben werden und eben dieses Montagsspiel kommt, erhofft man sich ja dadurch nachhaltiger auch sichtbar zu sein und nicht nur bei den Turnieren. Also da sind wir immer noch darauf angewiesen, dass die Spiele auch wirklich von Sendern oder Streamern übertragen werden. Dann ist es richtig? Verstehe ich dich da richtig? Verstehe ich mich richtig? Und das ist in den traditionellen Sportarten auch weiterhin der Fall. Also Tennis wird gar nicht gezeigt oder es guckt ganz Deutschland, je nachdem, ob Boris Becker oder Steffi Graf spielen. Ich gucke auch immer Zverev zu und Kerber und Petkovic. Stehe für die auch nachts auf, Eurosport und sowas. Zwischen waren wahrscheinlich zehn Jahre, wo du wahrscheinlich weniger geschaut hast. Und ich glaube, das spiegelt das wieder. Man sieht das aber auch im Frauenfußball. Bundesliga spielt, ich glaube, Bayern München gegen Hoffenheim, haben dann immerhin 1,6 Millionen Menschen in der ARD verfolgt. Man muss dazu wissen, dass natürlich ARD, ZDF immer so eine Grundreichweite erstmal mitbringt. Und deswegen glaube ich, ich brauche auch weiterhin der Frauenfußball-Highlights, die im Free-TV weiterhin gezeigt werden, also ARD, ZDF oder den privaten, um halt erstmal so ein Grundrauschen und ein Grundinteresse zu erzeugen. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, und da bin ich bei dir, dass natürlich auch inzwischen jeder Streamer seinen eigenen Kanal haben kann. Und man sieht es bei Twitch, wo Beachvolleyball übertragen wird, und das halt nur, weil sich zwei Menschen über alles Mögliche unterhalten und mehr im Hintergrund Beachvolleyball läuft, zumindest 300.000 bis 400.000 Leute gleichzeitig das anschauen. Das heißt aber auch, dass natürlich vorne ein bisschen mehr geboten wird, als nur die reine Sportart. Und dort Formate zu entwickeln, ist jetzt eine Möglichkeit für die Frauen-Bundesliga oder den Frauenfußball genauso, als über den welchen Content kann ich kreieren. In Berlin, wo Viktoria zu Hause ist, werdet ihr gesehen haben, dass bei einem Herder-Amateur-Spiel 1.500 Leute aufs Feld gerannt ist, um mit einem Influencer ein Foto machen zu können, der dort inzwischen spielt. Also man sieht schon, dass als Social Media und Influencer eine große Chance sind, ein Interesse in einer sehr jungen Zielgruppe zu erreichen, was man vor fünf Jahren nicht erfolgt hat. Was würdest du uns denn raten? Eher Kräfte aufwenden, um bei der rechten Vergabe möglichst einen tollen Sender zu bekommen, der auch die Regionalliga ausstrahlt? Oder lieber eigene Kanäle aufzumachen, wie jetzt bei Twitch oder sonst irgendwas, um dort vielleicht gegebenenfalls auch selbst eigene Streaming-Formate zu entwickeln? Ja, genau. Die Frage ist, wie der Eier legende, wo ich mich saue. Also auch da geht nicht alles. Ich glaube schon. Was geht denn? Du weißt das doch, Philipp. Ja, ich weiß das auch, weil ich sehe das auch bei anderen Sportarten, die sich weiterentwickeln. Und ich finde es ganz interessant, was ein bisschen im Fach, um zu bleiben, aber Christian Seifert nur mit S-Nations macht, wo die Handball, eine Bundesliga sich entschieden hatte, sozusagen einen Mix zu haben, wo die ARD Highlight-Spiele überträgt, wo es eine eigene Pay-Plattform geben wird und gleichzeitig alle Vereine Content erhalten, die sie die ganze Woche über distribuieren können. Also es geht aus meiner Sicht nicht nur darum, sozusagen das Spiel zu sehen, sondern vielmehr darum, halt Content zu kreieren. Und deswegen würde ich sagen, der DFB wäre gut beraten, wenn er schaut, ob er den Montagabend ins Free-TV bekommt und viele Spiele sonst auch, wie du sagst, in einem Pay-Bereich bleibt, damit jemand dort auch für die Inhalte und den exklusiven Content halt auch dort etwas bezahlt. Und darüber hinaus ist viel wichtiger noch, dass alle Vereine, die dort mitmachen, halt sehr regelmäßig Content kreieren und ihre Zielgruppe gemeinsam weiter vergrößern und an diese Plattformen anschließen. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Welcher Content kommt denn gut an? Der Content, also ich habe eine 16-jährige Tochter, inzwischen 17 Jahre, die schaut natürlich in der Regel keine 90 Minuten Fußball, sondern Clips eher von 20 Sekunden Länge maximal auf TikTok. Also ich glaube, man muss schon überlegen, wie komme ich dann in die Gruppen ran, wenn das die ist, die ich haben möchte und halt die großen Events mitnehmen. Man sieht es ja auch bei einer Beispielerin wie Oberdorf, die jetzt, glaube ich, 200.000 Follower hat und davon 65 Prozent der Follower-Anstiegs in der Turnierwoche hatte. Man sieht einfach, dass halt die großen Turniere und die Reichweite dafür sorgen, dass auch solche Mädchen dann oder Frauen dann ihre Social-Media-Reichweite so sehr steigern können, um dann auch national interessant für Marken zu werden. Du kennst ja nun, weil ihr eben Vermarkter seid von so vielen, auch bestimmt tolle Cases, was eben richtig gut funktioniert. Weil ist es denn immer noch so, Vermarktung bedeutet, okay, du kommst auf die Brust, du darfst jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf irgendwie einen Trainingsärmel noch oder, keine Ahnung, du bekommst eine Fläche sonst wo, Stadionbande. Was erlebst du da in den Verhandlungen? Hat sich da was verändert, was auch so gegenseitig gewünscht ist? Von Clubs, von, oder aus dem Sport, von Unternehmen, wenn sie sich da engagieren wollen, von Marken? Ja, und deswegen gibt es von bis. Also es ist in der Champions League ein anderer Grund, warum dort ein Unternehmen sagt, die bekommen extra Zugang das gesamte Jahr hin in einer interessanten Zielgruppe, zahle für aber auch 50 Millionen. bis hin halt, warum sich im Hockey die Allianz engagiert, weil sie sagt, das ist einfach für unsere Zielgruppe und unsere Kunden ein interessanter Vertriebsweg, um halt in Hockeyclubs dort mit unserem Vertriebsnetzwerk halt aufschlagen zu können und uns als sympathischen Versicherung darzustellen. Deswegen glaube ich nur, es gibt, also wir haben als Sport5 uns viel Mühe gegeben, nicht nur den Markt zu entwickeln in den letzten 25 Jahren mit viel Markt- und Mediaforschung, sondern auch mit Beyond the Match eine Plattform aufgestellt, wo du herzlich gerne eingeladen bist, alle White Papers zu jeder Industrie und zu jedem Best Case, den wir da gemacht haben, runterzuladen, es ist einfach, weil ich glaube, das, also one size fits all gibt es dort nicht im Sportsponsoring. Also ich glaube, das ist einfach so anerkannt inzwischen auch im Kommunikationsmix, weil es halt sehr individuell Lösungen bietet und immer die Grundmöglichkeit, also auf dieser emotionalen Plattform Teil des Ganzen zu sein, das möchten die Unternehmen halt nutzen und in diesem Beispiel noch mal bleiben, also die Allianz war ja auch lange Partner der Frauenbundesliga und aus den Gesprächen mit den Entscheidern weiß ich, dass sie das auch gemacht haben, sagen, komm, wir haben ein Engagement, was flächendeckend in Deutschland ist. Wir kommen so nah dran an eine Sportart, wo sonst nirgends. Wir haben Sportlerinnen, die halt sehr aktiv mit uns zusammenarbeiten. Wir können Content kreieren, wir können Events gestalten und die dann auch, bei der WM in Kanada war das, glaube ich, halt sehr viel, also da gab es so ein Allianz, ein deutsches Haus sozusagen, wo dann halt die Frauen halt nach den Spielen noch zu Interviews bereitstanden und ganz viel Insights rund um das Spiel gegeben haben, was ja sehr glaubwürdig dann von Allianz halt dann auch kommuniziert worden ist. Das sind so Beispiele, wo sich halt eine Marke wirklich auf einen Sport fokussiert hat und dann die Frauen genutzt hat, um als sympathischer und sicherer rüberzukommen. Wie schätzt du das denn ein? Also im Moment ist so die Nahbarkeit ein Sellerpoint für Frauen im Sport. Wenn aber jetzt immer mehr sich daran beteiligen, droht dann auch es so zu werden, wie wir es im Männerbereich auch schon kennen, dass das alles ein bisschen abgehobener ist? Abgehobener weiß ich nicht, aber natürlich geht dann auch irgendwie die Schere auseinander. Und ich glaube schon, Aber dann ist die Reichweite und die Sichtbarkeit wiederum da. Ja, genau. Deswegen ist das eine bedingt. Das andere ist das jetzt abgehoben. Männersport, den Begriff würde ich ja wahrscheinlich nicht verwenden, aber es gibt natürlich eine große Konkurrenz von vielen Marken, die im gleichen Teich fischen. Und da gibt es jetzt die Chance für Marken aus unserer Sicht im Frauenfußball halt eine gewisse Alleinstellung sich zu erarbeiten. Und das sieht man auch für die Marken, die in England sich engagiert haben. Es sind einige dabei, die sich noch nicht engagiert haben, aber das jetzt machen, um die Alleinstellung natürlich dann auch zu nutzen. Ach, das ist alles so super spannend. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte mit dir, mit Philipp. Zwei, drei will ich noch kurz abarbeiten, weil ich habe den UEFA-Report auch gelesen. Und es ist ja so, dass die UEFA ja auch gesagt hat, Mensch, im Fußball sind die Frauen der größte Wachstumsmarkt und beziehen sich darauf zum Beispiel, dass wir im Moment in Europa 144 Millionen Fans haben, die sich eben auch im Bereich Frauen, ja, die das irgendwie spannend finden. und dass sich da auch ein riesiges Potenzial dahinter verbirgt, weil sie schätzen die Zahl für 2033 bei 328 Millionen, die sich für Frauen und Fußball eben interessieren. Beim Sponsoring werden auch Summen aufgerufen für das Jahr 2033. Die liegen bei 295 Millionen Euro, die da auch umgesetzt werden. Bei den Commercials sind es sogar 686 Millionen Euro. Gehst du da mit, mit diesen Prognosen? Und fühlt sich das auch so an, dass wir da in zehn Jahren aus deiner Sicht stehen? Ja, genau. Also die UEFA geht davon aus, dass es eine Versechsfachung der Umsätze im Sponsorship und glaube ich, eine Vierfachung im Media-Bereich möglich ist. Das stelle ich mir auch grundsätzlich so vor. Glaub auch daran. Sehe auch Wachstumsraten weiterhin in allen anderen Bereichen im Sponsorship. Auch was die Männer angeht, deswegen warum nicht auch bei den Frauen und das ist hier ein unterentwickelter Marktbereich, wo halt bisher vielleicht nicht so professionell hingeschaut worden ist und vielleicht auch nicht so professionell gearbeitet worden ist und jetzt die Merkmale daraus gearbeitet werden, die Unternehmen angesprochen werden, vielleicht nicht nur ein Inbound, sondern auch ein Outbound-Sales stattfindet und man schaut, was sind die passgenauen Marken, was sind die Gründe, das ist Storytelling, warum die Marken das machen sollten und findet dann die Partner, die da zupassen. Natürlich durch die Professionalisierung und wenn die Bundesliga-Vereine, jeder eine Bundesliga-Frauenmannschaft auch haben möchte, werden sie auch dort rein investieren. Das ist natürlich auch Teil der Investitionen, die dort getätigt werden, dass Sponsoring-Gelder, die es schon in anderen Bereichen gibt, dann auch darauf verteilt werden, was ja richtig ist, wenn dann auch die mediale Reichweite dort gesteigert wird. Deswegen haben mich die Zahlen erfreut, aber nicht so sehr überrascht. Ich finde es aber gut, dass die UEFA es jetzt gemacht hat, weil sie auch ganz stark in den Frauenfußball investieren wird in den nächsten Jahren und das europaweit und als Präsident das auch als Maxime ausgegeben hat. Wenn du es nochmal zusammenfasst, damit auch eine funktionierende Vermarktung jetzt auch nachhaltig in den Frauenbereich hineinkommt, was sind so die wichtigsten Dinge, die dafür stimmen müssen? Kannst du vielleicht so Top 3 nennen? Top 3 habe ich auch oft schon diskutiert. Top Nummer 1, Phrasenschwein, sportlicher Erfolg. Das wird auch hier so sein, dass natürlich sportlicher Erfolg dann auch mediales Interesse in der Stadt oder in der Region oder im Land bedeutet. Das sehe ich Fakt 1. Fakt 2 ist professionelle Strukturen. Ohne professionelle Strukturen im Sport und in der Vermarktung wird sich wenig bewegen. Und das Dritte ist dann, und das ist vielleicht neu, ist halt Relevanz kann man entweder durch mediale Reichweite oder gesellschaftliche Relevanz durch mediale Reichweite erreichen oder auch durch Content kreieren, Social Media Follower, klare Markenführung. Also man sieht es ja, also Werbeclaims können sehr gut sein und damit sehr schnell ein nationales Interesse erwecken. Oder sie sind halt einfach nur plump und damit verfehlen sie ihre Wirkung. Und ich glaube, dass Frauenfußball durch die Sportart, durch die Attraktivität, durch den Content, durch die Intelligenz sehr schnell Punkte 3 anders machen kann, vielleicht auch besser machen kann als andere Sportarten. Und eine Geschlossenheit im Frauensport, das sich nicht helfen würde, dann die Ziele gemeinsam zu erreichen. Also es ist kein Selbstläufer, aber eine große Chance, die wir jetzt nach diesem Sommer haben und alle noch die emotionale Begeisterung haben, die gilt es jetzt aber auch, genutzt zu werden und nicht in den Alltag wieder zu verfallen wie in anderen Themen. Du hast ja gesagt, jetzt Lego, Gillette, die haben sich zum ersten Mal in diesem Bereich engagiert. Welches Feedback haben die denn an euch weitergegeben nach dem Turnier? Und wollen die sich weiter in den Bereich Frauen, Sport, Fußball engagieren? Das geht mir fest davon aus. Also wir haben parallel, um es ein bisschen noch komplexer zu machen, auch noch in Birmingham die Commonwealth Games vermarktet, die dafür stehen, dass sie nicht nur 70 Länder dort mitmachen, sondern auch die Besonderheit haben, dass es ein Multisport-Event ist, wo halt auch der inklusiv ist, wo halt behinderte Sportler und nicht behinderte Sportler am gleichen Tag in der gleichen Schwimmhalle ihre Läufe haben und dieses Event und mit der gesellschaftlichen Bedeutung haben wir auch in England gesehen, dass einfach dort ganz, ganz viele Unternehmen das nicht nur gut finden, unterstützungswert, sondern auch langfristig dabei sein wollen. Nächsten Commonwealth Games sind nicht in England, sondern in Australien, also dort werden wir dann hoffentlich die Welle mitnehmen. Im Frauenfußball sehen wir auch, dass das Interesse dort ist und man sieht es jetzt schon, dass Interesse in der Premier League im Frauenfußball und die Marken auch sich überlegen, wo sie nach der Euphorie im Sommer sich weiter engagieren wollen, sicherlich als erstes bei ihrer Frauen-Nationalmannschaft, nämlich der Fußball-Klassiker Football is Coming Home, der in Wembley ja gesungen wurde, haben die Frauen geschafft, nach 60 Jahren wieder einen Titel, einen internationalen Titel nach England zu bringen. Dafür sind die Frauen dann wieder gut was, ne? Naja, dass die Titel einzufahren gilt, was den Männern nicht gelingt. Ob es liegt. Wir haben viele Anrufe von englischen Kollegen bekommen, die nächsten Tage, aber es wären wahrscheinlich noch mehr gewesen, wenn es die Männer gewesen seien. Also ich bin sehr froh, dass es die Frauen geschafft haben, mit attraktivem, sehr attraktivem Fußball und vielleicht auch ein Ende ein bisschen verdient. Aber jetzt letzte Frage, spürst du davon auch schon sowas? Also rufen jetzt auch schon mehr an, die sich jetzt auch explizit an euch wenden, weil sie Bock haben, irgendwie bei Frauen unterzukommen? Also es rufen uns nicht tagtäglich Leute an, weil sie sagen, ich habe ganz viel Geld, ich will mit dir sprechen. Wir möchten ganz viel Geld loswerden, es wäre schöner, dann wäre unser Vertriebsapparat vielleicht nicht ganz so groß. Nein, aber ich glaube, wir merken, dass eine Resonanz ist, die Nachfrage danach ist und wir glauben, dass also nicht nur bei Viktoria oder in der Bundesliga, sondern europaweit, das Thema Fußball für Marken interessant wird oder Frauenfußball für Marken interessant wird und das spüren wir klar. Also nochmal, wir gingen davon aus, dass wir gleich zwei von diesen nationalen Paketen verkauft, am Ende haben wir alle fünf verkauft, sehr preistreu an Unternehmen, die absolut happy sind mit dem, was wir gemacht haben und da weitermachen wollen und das ist natürlich, das Schönste ist nicht nur schön, wenn wir sagen, das ist eine tolle Möglichkeit, sondern die Unternehmen das auch wiedergeben und halt in den Case Studies halt auch referenzieren, was sie damit erreicht haben und welche Ziele sie sich in der Zukunft mit diesen Engagements stecken. Aber ich habe ja auch schon bei Viktoria gelesen, zumindest in der Nachrichten-Chat von Verena, dass sich namhafte Unternehmen bewerben, jetzt Partner von Viktoria zu werden. Das stimmt. Darf jetzt allerdings noch nicht drüber sprechen. Tina Müller da was postet, dann liest man das wahrscheinlich. Tina Müller von Douglas ist da die Rede. Von Douglas. Für alle, die jetzt nicht sofort wissen, wer Tina Müller ist. Douglas auch bisher noch nicht als aktiver Sponsor aufgetreten ist. Ja, da sind wir mal gespannt. Philipp, ich bedanke mich sehr herzlich für deine Auskünfte. Das war sehr interessant. Habe ich jetzt irgendwas vergessen, was wir hätten besprechen müssen? Du hast so viele Themen. Ich wusste dann, ich habe zwar hier natürlich alles irgendwie leitfragenmäßig vorbereitet, aber wir sind dann immer wieder abgerückt und es war so viel auch Wertvolles drin, oder nicht nur auch Wertvolles, sondern sehr viel Wertvolles drin, dass wir jetzt ein bisschen wilder galoppiert sind. Aber ich kam gut hinterher. Hast du das Gefühl, Mensch, aber darüber hätten wir eigentlich sprechen müssen? Nee, wir haben alle Themen einmal nacheinander besprochen. Also das ist wunderbar. Ich glaube, es gibt einen guten Gesamtüberblick, wo der Frauensport und Frauenfußball insbesondere im Moment steht. Und wir sind von überzeugt, dass Viktoria eine besondere Chance hat, nicht nur, weil es Frauenfußball in einer sehr aktiven Stadt ist, sondern auch ein neues Narrativ bedient mit den Gründerinnen, die ihr gemeinsam seid. Wir sind gespannt, auf welchen Weg ihr euch da gemacht habt. Ja, alle Unternehmen, die noch mehr zu den Möglichkeiten im Frauensport wissen wollen, können entweder dich oder uns anrufen. Ist alles schon verlinkt in den Shownotes für euch. Und hoffen wir auf weitere tolle Engagements in dem Bereich. Eine Riesenchance lasse ich uns gemeinsam anpacken. Ja, cool. Vielen Dank. Das machen wir. Philipp, dann herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, dann auf Wiederhören und vielleicht dann auch endlich mal auf Wiedersehen. Wäre doch auch schön. Wäre sehr schön. Tschüss Philipp. Bis ganz bald. Das war Philipp und in der nächsten Folge ist Lisa mit dabei mit vor allem Namen Lisa Vera und einer meiner Co-Gründerinnen bei Viktoria Berlin. Wir haben ja gemeinsam das Fußballteam, das Team der Frauen übernommen, das in der Regionalliga Nord-Ost spielt und mit ihr möchte ich über den Fußball als Arbeitsplatz sprechen beziehungsweise den Sport. Sie hat Sport studiert, war dann in verschiedensten Bereichen sportlich unterwegs, hat beim HSV gearbeitet, bei OneFootball und war auch lange Zeit in Agenturen unterwegs, unter anderem bei Jung von Mats Sports. Über diesen Karriereweg möchte ich gerne mit ihr sprechen, aber wie gesagt, natürlich auch über Viktoria Berlin. Ob es ihr dort wohl bei uns am meisten Spaß macht zu arbeiten, das alles in der nächsten Folge. Für jetzt vielen Dank fürs Zuhören, bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Tschüss. 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 Tschüss.